Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. 100.000 Euro möchte ich im Jahr 2022 an der Börse investieren. Und nun ist der Monat Juli bereits vorüber, das heißt sieben Zwölftel des Jahres haben wir bereits geschafft. Und was für eine unfassbare Angst gab es vor dem Monat Juli. Die Quartalsberichtssaison stand an und jetzt wird doch deutlich, wie schlecht es eigentlich um die SOS, beziehungsweise ja um die ganze Weltwirtschaft eigentlich bestellt ist. Und was ist passiert? Ja, Corporate America hat geliefert. Die Zahlen waren bei weitem nicht so schlecht, wie man es erwartet hat, in Teilen sogar richtig gut. Und die Konsequenz war, es gab ein Kursfeuerwerk an der Börse, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Was genau passiert ist, was für Dividenden ich kassiert habe, was für Neuinvestitionen ich getätigt habe und wie die Performance im Monat Juli aussah, dies und alles weitere jetzt im Video. Bevor wir loslegen, erlaubt mir eine kurze Vorbemerkung. Es ist jetzt möglich, meine Depots interaktiv zu verfolgen. Wir sind hier im 0815 Dividenden Strategie Depot drin. Du siehst Depotwert, Dividendenrendite auf Depotwert, beziehungsweise auf Einstandswert, jährliche Netto-Dividenden, die einzelnen Positionen und hier die geliebte Übersicht aus Portfolio Performance. Und das Ganze funktioniert nicht nur beim 0815 Dividenden Strategie Depot, sondern bei allen Depots. Von mir hier jetzt beim Hauptdepot, sie ist Depotwert, von mir aus hier Einstandswert, Dividendenrendite und auch die einzelnen Positionen. Ich habe hier beispielsweise Microsoft, habe ich für 15.000 Euro gekauft. Für 140 Euro ist jetzt knapp 30.000 Euro wert, weil eine Microsoft-Aktie jetzt halt 276 Euro kostet. Und ich habe zum Beispiel eine persönliche Dividendenrendite von 1,5% und du siehst auch hier unten diese schöne Übersicht. Microsoft macht 8,55% meines Depots aus, wohingegen eine Coca-Cola macht nur 0,79% aus. Kannst du dir alles interaktiv angucken. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt fangen wir an. 0815 Dividenden Strategie Depot. Was habe ich gemacht? Große Überraschung. Ich habe 10 Sparpläne ausgeführt, 27 Euro für in Summe quasi 270 Euro. Ich habe gekauft, jeweils für 27 Euro, Nike, Mastercard, Broadcom, Altria, Starbucks, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, McDonalds, Microsoft und die Apple-Aktie. Im Depot sieht das Ganze wie folgt aus. Ja, Depotwert sind knapp 24.000 Euro. Investiert habe ich nur ein bisschen was über 15.000 Euro. Depot hat ja jetzt Geburtstag gefeiert, sind fünf Jahre. Jetzt läuft dieses Depot, ist 54% im Plus. Und zum Geburtstag sind quasi alle Werte mal im Plus gibt es auch selten. Vor allem normalerweise haben wir ja hier den Krüppel von Altria hinten dran hängen. Ist aber jetzt auch 0,38% im Plus. Aber Spitzenreiter hier nach wie vor Apple mit 171%, knapp 3.000 Euro Kursgewinn. Und auch Microsoft ist wieder über 100% mit 114%. Ansonsten auch hier eine Broadcom, 55% Procter & Gamble. Ach, ist irre. Selbst in Starbucks ist wieder bei knapp 30%. Lief unfassbar gut das Depot. Aber ich gehe davon aus, dass so gut wie jedes Depot heute oder im letzten Monat unfassbar gut lief. Bei der Sparplan-Offensive 20 ist nichts passiert, 21 habe ich genau das investiert, was ich immer investiere. Also ich habe investiert 80% des Geldes quasi in den Emerging Markets ETF und Developed World mit der Aufteilung 70, 30. Und dann halt jeweils 25 Euro in Apple, Denner, Mastercard und LVMH. Das ist das, was ich hier quasi immer mache. Daran ändert sich auch nicht viel. Und auch bei dem großen Depot ist es so, dass ich die Sparpläne ganz normal ausgeführt habe, wie ich sie sonst auch ausführe. Das heißt, ich habe gekauft Anteil an LVMH, an ASML und an Rio Tinto. Dann haben wir Canadian National Railway. Dann der Nasdaq ETF hier oben. Dann haben wir JP Morgan, den Small Cap ETF, Striker, Dominos Pizza, Dennerha und Aktien von Texas Instruments. Da habe ich so eine Summe zwischen 100 und 200 Euro pro Position ausgegeben. Das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir auf glatt 2500 Euro, was in Sparpläne geflossen ist. Und dann habe ich natürlich noch meine Einmalkäufe getätigt. Also ich will jede Woche für 2000 Euro Aktien kaufen. Und das gab, glaube ich, so vier Wochen in etwa, waren der Juli, der Juni, Juli, im Juli sind wir jetzt. Und also habe ich vier verschiedene Positionen gekauft. Ich habe erst mal aufgestockt meine Position bei Diageo. Diageo ist ein britisches Genussmittelunternehmen mit Marken wie Guinness oder, keine Ahnung, Captain Morgan gehört da, glaube ich, auch dazu. Johnny Walker ist auch ein Produkt oder eine Marke von Diageo. Dann habe ich gekauft, ein Neukauf von Chevron. Dann habe ich 15 Aktien gekauft. Die ist auch ganz gut gelaufen. Habe ich nämlich für 2000 Euro gekauft. Sind jetzt schon 2300 Euro. Dann habe ich gekauft, fünf Aktien von Lockheed. Für 390 Euro jeweils oder so. Also auch circa 2000 Euro. Und noch ein Neukauf oder einen Neuzugang im Depot gibt es. Und zwar Store Capital hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, im Store Capital sind, habe ich 70 Anteile gekauft, auch für so circa 2000 Euro. Also sind 8000 Euro die Einmalkäufe. Die Sparpläne sind 10.500 Euro. Und dann habe ich noch, ist ja der Gedanke, den ETF-Anteil im Depot immer weiter auszubauen. Da habe ich gekauft den Spider US, S&P US Dividend Aristocrats. Den hatte ich ja letzten Monat schon gekauft. Und Anfang des Jahres habe ich auch schon ein bisschen was an dem gekauft. In Summe für 10.000 Euro, 10.050 oder irgendwas. Also circa 20.500 Euro habe ich auch in diesem Monat wieder investiert. Und natürlich, die Kurse waren vom Juni noch recht niedrig. Und wir können uns hier mal angucken, wann ich so die Werte gekauft habe. Weil, ja, ich habe da quasi, keine Ahnung, es ist halt Glück gewesen, ein glückliches Händchen gewesen, wann ich gekauft habe. Wir gehen mal durch. Was habe ich hier, was hatte ich gekauft? Ich habe hier gekauft, zum Beispiel Diageo, hier, gekauft. Danach gab es einen ordentlichen Satz nach oben. Was habe ich noch gekauft? Lockheed habe ich gekauft, hier unten, dann Satz nach oben. Dann habe ich gekauft Chevron, Satz nach oben. Und okay, ich habe, glaube ich, am letzten Tag des Monats oder sowas habe ich noch Store Capital gekauft. Da ist quasi auch so nach oben gegangen, aber ich habe sie halt erst relativ spät gekauft. Was ich sagen will, quasi alle Werte, die ich gekauft habe, außerdem jetzt von Store, sind danach nach oben geknallt. Und selbst der Spider S&P, mal gucken, wo haben wir den hier, der ging danach auch noch einen ordentlichen Satz nach oben. Aber das ist ja grundsätzlich im letzten Monat passiert und das ist richtig, richtig ärgerlich, muss man eigentlich sagen. Also ich habe gerade, bin gerade in der sehr komfortablen Situation, dass ich gutes Geld habe zum Investieren. Und es war auch die letzten zwei, drei Monate so, dass die Kurse einfach wirklich schön niedrig waren. Es hat mir richtig Freude gemacht, nachzukaufen. Und ich habe so richtig gemerkt, ja, dass ich halt wirklich schön viele Anteile kaufen kann. und habe zum Beispiel ja auch einige neue Sparpläne aufgesetzt. Hier jetzt Texas Instruments, habe ich mich so gefreut, dass ich da nochmal ein bisschen günstig einkaufen kann. Jetzt guckt euch den Spaß mal an, seit den Quartalszahlen hier von fast 140 auf 180 hochgeknallt. Das ist schon irre. Wir können uns hier mal einfach den letzten Monat angucken. Was nennt man hier vorheriger Monat? Okay, Ys, lassen wir mal raus. Bin ich, keine Ahnung, 80% im Minus oder sowas. Und das ist auch, aber auch eine Dennerha. Also es waren Quartalszahlen und ich meine, die Zahlen waren ja fast durch die Bank weg. Der Wahnsinn. Also hier Dennerha, ist irre eskaliert. Chevron, Texas Instruments, Canadian National Railway, LVMH, Striker. Auch Striker hatte ich ja einen Monat davor hier unten nochmal gekauft. Starbucks, das, Starbucks freut mich, muss ich sagen, weil da ist meine Position mehr oder weniger voll. Das habe ich, ich glaube, viermal, fünfmal habe ich Starbucks gekauft. Und da sage ich, okay, die Position ist soweit in Ordnung, das passt. Und jetzt guckt mal, wie die sich entwickelt hat jetzt. Selbst der Nasdaq ETF hat einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Aber auch eine BlackRock, Microsoft, hier nach meinen Käufen, ist quasi, ja, fast back to normal, muss man sagen. Und Home Depot hatte ich auch in den letzten Monaten viel gekauft. Es ging überall wieder heftigst nach oben. Und das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen bescheiden. Ich meine, wahrscheinlich 98% von euch und bei mir auch, wir sind auf der Käuferseite. Wir wollen ja Aktien kaufen. Wir wollen, dass die Kurse günstig sind. Wir haben keinen Bock, sonst was für hohen Kursen zu kaufen. Und jetzt ging es natürlich seit den Quartalszahlen absolutes Kursfeuerwerk. Dies ist halt alles eskaliert. Ja, zum Kotzen eigentlich. Also da hat mir der, wenn der eine oder andere, erinnert sich vielleicht an das Depot-Update im Juni zurück, da war ich super glücklich. Da hatte ich Rekordverluste. Who cares? Scheiß drauf. Du kannst Aktien wieder günstiger kaufen. Ich habe so viele Videos gemacht. Bernmarkt, unsere Chance, wenn nicht jetzt Aktien kaufen, waren dann richtig geile Sache. Und jetzt sind die verfluchten Kurse wieder richtig nach oben geknallt. Es ist eigentlich zum Heulen. Ja, machen wir mal weiter mit den Dividenden. Da gab es nicht so viel, gibt es nicht so viel zu berichten, haben wir hier Denneha, also im kleinen Sparplan-Offensive-Depot von 21, da habe ich hier 35 Cent Dividende bekommen. Bei dem Depot, beim 0815-Dividenden-Strategie-Depot, hat insbesondere Altria ausgeschüttet mit 27,52, deswegen knapp 30 Euro. Und beim großen Depot haben hier ausgeschüttet, ist es natürlich trotzdem. Also Depot hat was, 350.000 Größe und gab 233 Euro Dividende, obwohl ich sehr auf Dividenden setze. Wirklich, ich habe quasi fast ausschließlich Dividendenwerte im Depot. Es sind 233 Euro natürlich nicht die Welt, aber im Juni ist es halt ordentlich nach oben geknallt und da ist jetzt Teil der Juli ist halt ein schlechter Monat. Ist halt so, gehört dazu. Und dennoch, obwohl es quasi ja ziemlich der schlechteste Monat für mich überhaupt ist, 233 Euro, geil. Also es ist trotzdem wirklich, wirklich eine coole Sache. Okay, der größte Zahler ist Philip Morris und das ist für mich eine ultra coole Sache. Ich habe das erste Mal eine Dividende von Philip Morris bekommen und habe da gesehen bei der Abrechnung, ich habe das hier eingetragen, ich hatte die Daten schon im Vorfeld von Divi Diary, wusste ich ja, wie viele Dividende es geben wird. Da gibt es so einen Kalender und dann weiß ich quasi immer genau, wie viele an Dividenden sowieso kommen werden. Und jetzt habe ich eigentlich eingetragen, dass ich irgendwie 42 Euro Dividende bekommen sollte, aber es sind 51 gekommen. Da habe ich mir angeguckt, okay, da ist ein blöder Fehler. Da hat die Konsursbank einen Fehler gemacht bei der Abrechnung wahrscheinlich, da sind keine Quellensteuer abgezogen worden, 15%. Und die Konsursbank angeschrieben und dann ist mir das aber erklärt worden und nee, da werden auch keine Quellensteuer einbehalten. Ist zwar ein US-Wert, aber das ist hier irgendwie, die Dividende wird ausgewiesen als Return of Capital. Also ich glaube, wie in Deutschland, wenn der Einstandskurs nach unten gesetzt wird und deswegen werden keine Quellensteuer einbehalten. Und in Deutschland müsstest du dann aber die Abgeltungssteuer zahlen. Ist ein bisschen bitter, aber ich muss das nicht. Ich muss auf Zypern ja keine Abgeltungssteuer zahlen. Ich habe hier keine Steuern auf Dividende und deswegen ist Philip Morris für mich so wie eine britische Aktie einfach brutto gleich netto. 51 Euro, finde ich große Klasse, muss ich gleich nochmal nachkaufen. Nein, also Philip Morris, das erste Mal Dividende gezahlt, JP Morgan hatte ich auch nachgekauft. 44 Euro und der S&P 600 Small Cap, okay, der schüttet glaube ich immer im 6-Monats-Rhythmus aus, der hat mir 30 Euro ausgeschüttet. Aber das sind halt alles Zahlen, die ich quasi davor oder die im Jahr davor noch deutlich kleiner waren. JP Morgan hatte letztes Jahr noch 13 Euro ausgeschüttet, jetzt 44 Euro. Das ist halt alles ordentlich gewachsen. Ist schon heftig von 81 auf 233 Euro. Coole Sache. Kommen wir mal zur Performance, weil ich habe es ja schon in den einzelnen Werten gezeigt. Ist ja irre, was passiert ist. Die Performance und jetzt das Schöne, dass ich hier ein Greenscreen habe, das heißt ihr seht, dass jetzt hier 10,9% ging es nach oben. 10,9%. Das kleine Depot ist jetzt quasi 1,7% nur noch im Minus. Irre. Irre. Auch hier, warte mal, wir können hier mal noch reingehen. Vorheriger Monat. Apple 22, das ist halt die dickste Position. Und hier AT&T, es ist nur eine Schande. Okay, wenn man viel AT&T und Verizon und so weiter im Depot hat, dann ist es natürlich nicht so cool. Aber ansonsten ist halt alles irgendwie, ging gut nach oben. Apple 22%, wo es die dickste Position von allen ist. Ach, mal schnell wieder umstellen. Zack, also das Depot hat jetzt quasi minus 1,7% aufs Gesamtjahr noch. Bei dem großen Depot sieht es sogar so aus, dass es zwar in dem letzten Monat nur 9% nach oben ging. Nur 9%. Das ist das zweitbeste. Hier im November, könnt ihr noch sehen, ja, im November, gehen wir ein Stück rüber. Hier im November 2020, als die Impfstoffmeldung herauskam, ging es 10% nach oben. Und jetzt haben wir hier 9%. Und damit ist das Depot jetzt 2,5% auf Jahressicht im Plus. Zusammenfassend, Tabelle, komm direkt Ende Juli 23.372 Euro. Die anderen Depots zusammen machen 358.000 Euro aus, ergibt in Summe 381.000 Euro. Kursgewinne 9% und 10% dadurch 29.782 Euro. Ich habe investiert 10.500 Euro. Heißt, ich habe bereits 117.000 Euro investiert. Ist natürlich quasi schon mehr als die 100.000, die ich eigentlich erreichen müsste. Ziel soll 58.000 und Dividende in Summe, wenn ich die ganzen Einzelnen zusammenzähle, kommen wir auf 263 Euro. Irre. Irre. Erstmal hier, ich hätte investiert haben müssen, 58,33% von den 100.000. Ich habe aber 117.000 investiert, deswegen habe ich 58,91% zu viel investiert, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, ich habe doppelt so viel investiert, wie das, was ich bis jetzt investiert haben müsste. Genial, genial. Fast 30.000 Euro Kursgewinne. 30.000 Euro in einem Monat an Kursgewinnen. Das sind quasi auf dem Jahr runtergerechnet 2.500 Euro pro Monat. In einem Monat an Kursgewinnen. Ist genial. Aber gut, es ging ja davor nach unten hier. 15.000 Euro. Und jetzt haben wir die 30.000 Euro nach oben. De facto will das ja keiner. Niemand, der auf der Käuferseite steht, kann ein Interesse daran haben, hier sowas zu sehen. Ist schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt ein lachendes und ein weinendes Auge irgendwie. Mir war ganz ehrlich der Juni lieber. Da hatte ich Rekordverluste, dafür aber auch Rekorddividenden und Rekordinvestitionen. Solche Monate sind mir deutlich lieber als das hier. Weil jetzt ist halt einfach nur alles teuer. Die ganzen schönen Werte. Es gab bis vor einem Monat, bis vor zwei Monaten so viele schöne Werte, die man halt günstig kaufen konnte. Also müssen quasi die Daumen drücken, dass es jetzt hier im August wieder 30.000 Euro runter geht. Müssen wir mal hoffen, dass da der, ähm, wie heißt der? Nicht Jerome? Na, der Fed, ähm, Chef. Dass der da mal ordentlich hier gleich 1% nach oben oder sowas oder 1,5% oder sowas. Also da richtig schön die Vollbremsung einlegt, damit es schön wieder nach unten geht hier. Damit wir weiter kaufen können. Das Depot ist in Summe von 331.000 auf 381.000 Euro gestiegen. Das heißt, mein Vermögen ist von Ende Juni auf Ende Juli um über 50.000 Euro gestiegen. 50.000 Euro. Irre. Einfach irre. Ja, in Summe Kursgewinne jetzt 5.226 Euro auf Jahressicht. Vermögensentwicklung. Ja, könnt ihr sehen, gehen wir noch ein Stück weiter hoch. Guckt euch den Satz an. Guckt euch den Sprung an. Die Entwicklung hier, wie sich das langfristig so entwickelt hat, dann hatten wir hier, was hatten wir hier? November 20, wo ich gezeigt habe, da war der andere große Sprung, wo es 10% nach oben ging. Und jetzt das hier. Das ist... Es knallt. Es knallt. Es knallt. Und die Dividenden, ja, sind quasi auch im Vorjahresvergleich ordentlich gesprungen. Ordentlich gesprungen hier. Von was hatten wir davor? 100 Euro gerade so. Hier drüben haben wir es nochmal. 100 Euro waren es im... Davor 76 und jetzt 263. Das ist quasi auch ein enormer Sprung. Nach oben geht schon alles in eine tolle Richtung. Und der Schneeball rollt schon einmal. Das merkt man schon. Ohne Frage. Aber natürlich steht und fällt hier mit dieser Spalte die Investitionen. Das ist halt irre, dass ich in diesem Jahr bereits 117.000 investiert habe. Das ist auch... Das kann es ja eigentlich... Ja, es ist schwer vorstellbar. Und wenn ich so die Jahre zurückdenke, ist krass. Ist krass. Aber, ja, Kurse stehen jetzt weiter oben. Wollen wir mal hoffen, dass es ein kleines bisschen weiter nach unten geht. Weil gerade bin ich in der komfortablen Situation, dass ich wirklich gutes Geld habe. Und gern auch weiter so investieren möchte. Aber jetzt finde ich es wieder nicht mehr ganz so einfach, auf der Watchlist attraktive Kurse zu finden. Vor zwei Monaten sah das noch anders aus. Und deswegen habe ich natürlich auch fleißigst investiert hier in den letzten zwei Monaten. Aber, ja, hoffen wir mal, dass es jetzt wieder 20.000, 30.000 Euro bei mir runter geht an Kursverlusten, damit ich wieder günstig weiterkaufen kann. Ist natürlich das Paradies, wenn du nachkaufen kannst und die Kurse unten sind. So, ich gehe davon aus, dass dein Depot ähnlich performt hat. Weil, außer wenn du AT&T und Verizon im Depot hast und sowas, ist, glaube ich, einfach alles eskaliert. Ging alles nur nach oben. Von daher, zumindest wenn du zu den 2% gehörst, die wahrscheinlich schon von ihren Dividenden und von den Kurserträgen leben können. Für die ist das eine tolle Sache. Für alle anderen, dann beten wir mal, dass es wieder nach unten geht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020